Ganz herzlich willkommen in die fröhliche Hartmut-Färbe des Lassenes Stadtsommerfestes einladen. Wir sind Vietclub Hannover, eine Gruppe von Vietnamesinnen und Vietnamesen. Und wir freuen uns sehr über die Einladung heute, am Stadte teilzunehmen zu dürfen. Wir möchten Ihnen gerne drei traditionelle vietnamesische Tänze zeigen. Der erste Tanz ist der Tanz mit dem Weißwurst. Der zweite ist der Genggantall-Tanz, der man normalerweise in den Bergen tanzt. Und der dritte Tanz ist der Tanz mit Bambusdecken. Alle Tänzer werden in der Gruppe getanzt. Damit wir das Eis brecken, bitten wir Sie um einen kräftigen Applaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020